Aufschiebe mit Gebrüll. Vielen Dank, Mr. Nox. ... für reinen Protestanten, Mr. Nox, wenn ich das sagen darf. Was bin ich beim Protestanten? Sie sind völlig in Ordnung für reinen Protestanten. Hau dir die Herrschaft dahin. Oh, Jacques. Na? Ich fühle mich so lebendig. Na, großartig, als hätte dir jemand ordentlich reinen geblasen. Äh. Der Druck ist weg, meine ich damit. Theater ohne Theater, Mann. Er sagt, ich lasse auf dem Herzen. Und da kann man das sein, also nicht so. Aber sie können es vergessen machen. Hallo, Epikor, hallo, hallo, schön, dass du da bist. Sie können es vergessen machen. Wie ist es auf Konten daraus? Warum spielst du woanders? Das ist wie Fremdgehen. Das war eine Mann Gottes, ich sollte besser halten meinen Mund. Aber eigentlich... Schöne, das Schalterstück. Ich will sie ja nicht zu nah treten, aber sind sie wirklich ein... Naja, also... Digi, wir haben schon 13 Lieder. Wir haben 13 Lieder. Sind noch nicht alle fertig, aber wir haben 13 Lieder. Am 30. kommt das Album raus. Pass auf Spotify. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Ja, da müssen sie, ähm... Abwechslung. Na, nach Valentin. Ah. Oh no, ich kann unmöglich nach Valentin. Kann ich das meiner Freundin auch mal sagen, oder? Ich meine... Ach du. Da ist jemand... Ich bräuchte ein bisschen Abwechslung. Wer sich erst noch bei mir entschuldigen muss. Wer muss sich entschuldigen? Na, eine gewisse Person in Valentin, sonst kann ich da nicht gehen. Ach du meinst, die Hexe von Valentin? Ui, ui, nein, sag ich's nicht. Ach so. Ja, das Konzert wird absolut krass. Die Dosenfabrik. Vielleicht kaufen wir die auch eines Tages, ne? Aha. Rechts, Jack. Du meinst links? Ja, Herr Dornen ist aber auch kein, äh, Katholik, ne? Damit sie's wissen. Was? Auch nicht? Nein, nur Herr Garrett. Garrett. Und Herr Rees ist auch kein Katholik, denn, äh... Nein, was ist denn das für reine Land ohne Katholiken? Regenartig. Nicht gegen sie natürlich, ne? Jedem das eine, ne? Nein, kannst du nicht? Was kann ich nicht? Hä? Jack, ich muss noch kurz mit ihr reden. Dann gleich. Ui. Oh, haben wir, haben wir Geld? Äh, ich habe 99 Dollar Cent. Scheiße, ich habe nur einen Dollar dabei. Was kostet das? Äh, ich weiß nicht. Komm, wir kaufen eins. Ich gebe dir zur Not meine 99 Dollar Cent. Ja. Okay. Zur Not pumpen wir den, diesen ungläubigen Facher an. Wo kann man denn ein Ticket kaufen? Kannst du dir das vorstellen? Der wird sich wundern, wenn es an die Pforte des Immels kommt. Achso. Äh, äh, äh. Aber... Äh, 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 äh. Ich kann ja nichts dafür. Mon Dieu. Warte, tschimma. Warte, tschimma ist zu. Klashetta, leisch, warte, tschimma. Oh, Jacques, mein Freund. Oh, Gotti. Kann man denn ein Ticket kaufen? Wie viel hast du denn? Äh, ein Dollar 30. Jacques, ich habe... Ich habe mir etwas geschworen. Was hast du dir geschworen? Gott, ich schwöre sie dir mal gut. Ja. Man darfst nicht gleichwertig schwören. Das geht an die Ehre, hm? Ja. Was hat ein Mann, wenn er nicht seine Ehre mehr hat, hm? Er hat nichts. Genau. Jacques, ich werde nie wieder. Und das sage ich jetzt hier. Und ich schwöre. Ich werde nie wieder meine Hand gegen dich erheben. Mon Dieu, einen Schlag auf den Kopf. Du bist wirklich ein weiserer Mann als René. Großartig. Ich danke dir. Und ich habe noch was. Ich werde... Aber wenn ich eine Biene habe, hm? Dann würdest du sie noch vertreiben, hm? Jacques, ich werde alle Bienen und Tiere vertreiben. Oui. Très bien. Und Jacques? Ja. Ja. Ich werde nie wieder meine Waffe abfeuern. Na, ich weiß nicht, ob das... Na ja, ich würde nicht gerne von dieser... Na ja, wenn Wölfe kommen oder so... Ich habe nur unter meinem Tuch das Messer versteckt. Für die Fälle aller Fälle, weißt du. Na ja, ich weiß nicht. Irgendwann wirst du sie wieder einsetzen müssen. Es sind gefährliche Zeiten hier. Na ja, ich weiß nicht. Na ja. Ich weiß nicht, was ich hier... Na ja, ich weiß nicht. Na ja, ich weiß nicht. Ach, zeig mal, lass mich mal da hin. Wann kommt der Zug? Ich hoffe nicht jetzt. Weil dann wären wir nicht da und er würde uns wieder abfahren. Das ist richtig. Ich hoffe, er kommt gleich, wenn wir wieder da sind. Ich öffne dir die Tür. So. Wir fragen ihn kurz, wann der Zug kommt. Ich möchte dir noch was zeigen. Ja, wir kaufen alles, Jacques. Wir kaufen alles. Alles. Kapitalismus. Kapitalismus. Wann kommt denn der Zug? Oh, gleich sollte der ankommen. Was heißt gleich? Tola 2. Zwei Minuten. Ja. Jacques, komm mit. Ich zeig dir was. Okay. Jacques. Ich zeig dir was zeigen. Warte, ich muss mich setzen. Setz dich bitte. Setz dich wo du möchtest. Na, hier ist alles zu edel. Ich bleibe stehen. Du kannst auf dem Boden sitzen. Der ist doch schön schön kühl. Na, nicht mit dem Boden. Da kriege ich doch eine Entsündung. Was für eine Entsündung. Noch eine Armwegs-Entsündung. Nooo. Hatt dich schon einmal, Mon Dieu. No, Jacques. Oh, Mon Dieu, sollen wir nicht bei die Zugfahrt hin? Nein, wir hören ihn. Er ist laut. Na gut. Und das geht schnell, Jacques. Und wir rennen rüber. Wir rennen. Junge Männer. So wie wir ärgerannt sind. So wie wir ärgerannt sind. Oui. Wir machen bald ein Lied. Das heißt, wir verpassen unseren Zug. In Saint-Denis. Okay, pass auf. Ich muss, wo ist das? Scheiße. Wir haben keine Zeit. Ein wenig, dieser Femini. Ja, okay. Machst du? Bist du bereit? Ich bin bereit geworden. Hä? Mach's auf. Ja, hörst du mich? Oui. Kannst du es hören? Kannst du es hören, Jacques? Oui. Oh. Okay. Bereit? Nein. Ich stehe hier in Dunkelheit. Verloren in der Nacht. Fast hab ich dich mehrmals schon beinahe umgebracht. War nicht mehr. Gewalt und Wut Es gibt kein Zurück mehr. Ich weiß, ich muss die Dunkelheit verlassen. Ich weiß, ich darf mein Leben nicht mehr hassen. Ich weiß, die Narben heilen nie ganz. Und zack, ich weiß, Vergebung ist ein langer Tanz. Die Tränen sind geflossen, die Reue trag ich im Blick. Erinnerung an meine Taten. Ich weiß, ich weiß, ich will mich ändern. Und ich will mich ändern, den Schatten überwinden. Für mich und meinen Bruder kann ich den Weg finden. den Schatten überwinden. Ich weiß, ob ich nicht mehr schaff' den Schatten überwinden. Doch, Jacques, sei gewiss, jetzt gibt's kein Zurück mehr. In der Stille der Nacht, in meinen Träumen sah ich die Chance auf Neues erwachen Doch der Kampf in meinem Herz, er wird noch dauern Aber ich werde für mein Versagen bezahlen Ich versuch mich doch zu ändern und ich weiß es ist so schwer Doch du musst mir einfach glauben, denn Jaggi liebe dich so sehr Ich weiß, ich muss die Dunkelheit verlassen Ich weiß, ich darf mein Leben nicht hassen Und Jaggi weiß, die Narben heilen nie ganz Und Jaggi weiß, Vergebung ist ein Tanz Ich liebe dich auch als mein Bruder Ich glaube es kommt kein Zug mehr Unglaublich, wie kann das sein Ich müsste dir gleich einen blasen Ich meine, du hattest es verdient, du bist einen weiten Weg gegangen Aber ich weiß nicht, das mit der Liebe Also ich hätte mir natürlich keinen Ich hätte mir natürlich nun keine Freude bereitet Ich weiß, ich mag Frauen Und du sagst, du liebst mich Und als Bruder natürlich Ja, danke Aber Jaggi, ich, Kourdis, ich, warte, ich, es war ein schönes Lied Ich, ähm Mon Dieu, ist das Pferd krank? Apollo? 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 Was ist los? Apollo? Was ist los, mein Schatz? Hi. Er hat mich nicht mehr. Gibt es eine Pferde, Doktor? Ja. Oh, da ist eine fette Biene, Jack. Oh, sie ist weg, sie ist weg. Aber keine Panik, keine Panik. Apollo. Apollo. Apollo, wache auf. Apollo, wache auf, bitte. Apollo. Nein. Boah, ich bin doch immer so krank. Ich kann doch gar nicht singen. Jack, Jack. Warte doch auf mich. Wir müssen nur im Arzt. Ich gucke, wo einer ist, wo ist ein Arzt? Färter Arzt. Wo ist ein färter Arzt? Wir brauchen einen färten Doktor. Einen färten Doktor. Kommen Sie, aber keine Panik. Wir brauchen... Wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen unbedingt ruhig bleiben jetzt. Jetzt ist es nicht... Wir können Apollo nicht helfen. Wenn wir wirklich ruhig werden, dann können wir Apollo nicht helfen, verstehst du? Du bist hier eine färte Doktor. Ich glaube... Hallo? Roots. Roots. Hier kann man wieder raus. Aber keine Panik. Guck dies. Ruhig dich. Guck dies. Ja. Ja, es gibt ein Tierarzt in Roots. Jack, reite. Reite, Jack. Jack, reite. Mein Pferd ist am Sterben. Du kannst nicht einfach panisch werden. Ja, Jack, jetzt lauf. Ach, verdammt. Nicht das alles, was das... Au, au, Jack, Achtung! Altan, 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 Jack, au, au! Ah, Jack, weiter, 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 weiter! Wir können... Wir können Apollo nicht helfen. Wir können Apollo nicht helfen. Jack, bitte! Jack, beeil dich! Komm an! Jack, beeil dich! Jack, mein Pferd stirbt gerade! Ja! Nein! Ich halte mich! 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 Wo bist du? Kurtis! Kurtis! Aua! Aua! Ich halte dich schreien! Aua! Jack, au! Aua, Jacques, aua! Ich habe Panik! Ich habe Panik! Jacques, mach schnell! Ah, mein Knie, du Idiot! Schnell, mein Pferd, ich hab's sterben, Jacques! Ich rasche, bevor wir wieder zu der Ampulle gehen! Halt dich fest! Schlaf, wenn das... Jacques, mach schnell! Jacques, schnell ab! Ruhig! Ruhig! Du bist zu fett! Wir sind zu fett! Ich hätte die Verwenden nicht essen, sondern... Warum hab ich nur die Verwenden? Mein Pferd stirbt gerade! Sag mir, das gehört gar nicht, wer ein Neues ist! Proxy, nicht schlappen! Proxy! Stopp! Proxy! 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 Proxy, wir müssen da brüchern! Gib Platz! Proxy! Oh, das war ein bisschen zu viel! Du musst jetzt reiten! Oh, Jacques! Jacques, mein Pferd stirbt gerade! Nein, wir retten es! Du darfst durch dich nicht mehr fallen! Wir werden das hinbekommen! Wir haben alles hinbekommen! Wir kriegen den Apoll wieder zurecht! Jacques, mein Pferd stirbt! Das schwirrt nicht mehr, der ist tot! Jacques hat nicht mehr geatmet! Der hat nicht mehr geatmet! Das schwirrt nicht mehr geatmet! Der hat nicht mehr geatmet! Der hat nicht mehr geatmet! Nein, nein, nein! Fangen wir mal! Fangen wir mal! Quat ist es? Quat ist es? Das ist's! Der hat nicht mehr geatmet! Stopp! Umdrehen! Du musst hinter den Wappen laden! Kurtis! Kurtis, wo bist du? Kurtis! 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 Kurtis, 건강! Kurtis! Kurtis, keine Punion! Kurtis! Schürz! Kurtis, schnell! Oh! Hier! Ja! Boah, ich werde! Ah! 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 Oh! Oh nein! Oh! Scheiße! Oh nein! Ach! Ach! Ach, Mann! Ja, geht Ihnen gut? Audi! Gut bei Ihnen? Ja! Da liegt doch scheinbar schon Ihr Kollege. Ja, ich liege hier! Guck dies! Guck dies! Ach, er stirbt! Er stirbt gerade! Du musst dich beruhigen! Ich werde sterben! Beruhige dich doch! Guck dies! Guck dies, beruhige dich! Ja! Bist du ruhig! Äh! Atme! Atme! Du kannst da voll nicht helfen! Wenn du so herumläufst wie eine Uhn ohne Kopf! Oh! Oh! Was ist denn passiert hier? Mein Pferd! Mein Pferd! Ja, beruhige dich! Guck dies, beruhige dich! Wo ist denn hier? Wir brauchen... Wir brauchen den besten Pferd-Chirurgen! Erstchirurgen! Brauchen wir! Haben Sie einen in ihr? Oh! Tatsächlich der Mann zu meiner Linken ist ein Pferd-Chirurge! Sie sind ein Pferd! Äh! Ein Chirurg! Äh! Ein Pferdearzt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! No! In... 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 In diese Stadt, wo ich noch nie war! In Saint-Denis! Oh fuck! Oh fuck! Mein Pferd! Oh fuck! Oh fuck! Schöne, haben Sie einen Pferd? Oh fuck! Nee, Saint-Denis ist gerade schwierig! Oh man! Monsieur! Ich kann... Ich kann es Ihnen nicht gut genug sagen! Wenn ich Ihnen sagen, dass dieses Pferd ein Leben ist! Ohne ihn wird er sterben! Wollen Sie den Tod dieses Mannes... Wollen Sie den Tod dieses Mannes auf Ihre Gewiss haben? doch ja los sie wissen aber schon dass ich also für meine dienstisch auch ordentlich kohle verlange oder wir sind die betragshalle den sie wollen auch in der toralien wenn sie es wollen ich hab doch gar kein geld auf wo gar die beste blanche am stammel lang schnell steig auf sie darf das papier nicht wissen wie soll ich das finde ich habe gerade eine riesige romant jetzt moment schultern auf die schultern keine panik aber geile schocker versteht ihr jetzt der lage die sie sind ruhig sein sie nicht so hektisch sein sie nicht so hektisch nein stopp hilfe hilfe mcclroy mcclroy du musst mitkommen schnell wir müssen los du verstehst den herz der lage nicht komm mit zumal keine panik bleib ruhig am runter guck dies keine panik keine panik keine panik keine panik keine panik wirst du verstehen lasst die vier 20 20 Das geht hier um Leben und an! Atme, guck dies! Atme, keine Funke! Ja, ja! Atme, Atme! Atme, wo sind wir? Ich weiß es nicht! Ich bin schon einmal gewissen! Aber keine Funke! Wir gehen weiter! Schneller, schneller! Die Lichter! Die Lichter! Das sind die Lichter! Die jagen uns! Schaak! Schaak! Die schießen doch mal! Atme, Atme! Ich glaube, das waren die Schwanzchen! Die drehen hier immer durch! Nicht wundervoll! McElroy, halt dich! Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Schneller, schneller! Schnell! Sprich! Oh! Aua! Schleller, los! Schneller, 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 los! Nichts zu machen! Keine Funke! Es fliegt doch in seiner eigenen Blut! Es stirbt, es stirbt, es stirbt, es stirbt, die ganze Zeit. Wo ist denn das Tier? Geradeaus, den Schotten nicht. Proxy kann nicht mehr. Am Bahnhof, am Bahnhof. Ja, dann helfen wir ja. Ihre Ruhe, mach nicht ganz kickel. Verstehen Sie denn nicht? Jetzt scheint auch mal an der nicht so aufgedreht her. Der Schmier. Und hier, es geht um Apoll. Es geht doch nicht um hier, kein Tier. Es geht um Apoll hier. Apoll, Apoll, aber keine Panik, keine Panik. Proxy, schneller. Proxy. Schneller, 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 schneller Roxy. Willst du denn, dass er stirbt? Ich wusste es, Roxy, du hast ihn immer geasset. Immer blickst du zu ihm, weil er dich nicht liebt. Er liebt Apoll, er liebt dich nicht. Und deswegen, du hast es immer gewusst. Roxy, du hast es immer gewusst, so. Und hier, aber keine Panik. Auf, schnell weg, komm in die Runde, keine Panik. Keine Panik, keine Panik. Keine Panik. Ähm, Mr., wer ist das überhaupt, der da... ...ein seinem Pferd so Probleme hat? Schauke, ist er noch da oder ist er weggelaufen? Genau. Wo ist es nicht? Es ist in die Himmel. Nein, hier. Himmelfahrt. Wo liegt er? Oh, Achtung. Es ist dort. Es ist dort. Es ist dort. Da ist er, Schauke. Da liegt er. Ah, Apollo. Nein. Ich hab dich ja geliebt, mein Pferd. Wie war da eigentlich so gut? Was ist denn passiert? Jetzt sagen Sie mir erst mal, was passiert ist. Ich bin... Wir waren hier. Und dann waren wir dahinten. Und dann waren wir dahinten. Und dann waren wir noch dahinten. Und dann... Und dann kam es. Und es ist einfach umgefallen. Gut, dann... Sind Sie irgendwo gegen geritten, oder...? Nein! Nein! Ja, aber das Pferd kann doch nicht einfach so umgekippt sein. Es ist umgekippt. Ich hab nichts getan. Wurde es von einer Schlange gebissen oder sonstiges? Nein! Wir waren ja hier. Wir waren doch nur hier. Mr., ich kann Ihrem Pferd nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was es hat. Ich weiß es nicht, es ist umgefallen. Wir kamen aus dem... Gebäude da und dann lag es da. Oh, Ballon! Gucken wir mal. Augenreaktion. Äh, hat jemand eine Laterne dabei? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich habe eine Laterne. Schack! Schack, holt er eine Laterne. Ach so, ich habe auch eine Laterne. Scheiße. Herr Ballon! Gut, halten Sie das mal bitte übers Auge. Wir testen jetzt mal die Reaktionsfähigkeit. Aha! Der. Ich kann auch hier nicht meine Laterne rausholen. Okay. Äh, reicht. Ich kann auch hier nicht... 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 Wir sind mitten auf der Straße. Tasten wir mal die Wirbel ab. Völlig unmöglich. Ich kann hier nicht meine Laterne rausholen. Ich kann nicht... So, der Ablassknochen. Ich habe gerade gepeichtet, man hier. Ich habe... Oh, ja, hau... Meine Laterne würdest du aber... Ha, 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 da fühlst du die Ramann der Neid vor den Augen in der Platte. Dann testen wir mal ein Schultergelenk. Äh, äh... Du bist vielleicht ein größerer Mann, wie sie höre. Ich habe eine größere Laterne. So, fesseln. Dann werden wir das mal herausfinden. Wer hat die größere Laterne? Und sie sind sicher, dass sie nirgendwo gegen gerannt sind? Ja. Wie kommen dann die Schirrbrotten hier am Guck? Na, wenn die Schuhe umfällt. Ja, gucken Sie doch mal... Hier, gucken Sie doch mal die Nüstern. Wie weit die offen sind. Das Pferd stand ja unter extremen Schock. Ich köne mich nicht aus. Was ist hier irgendwas... Ich habe jetzt nicht angebunden. Ich weiß nicht, ob es wohin gelaufen ist. Wir lassen es mal... Wir nehmen es mit zum Stall. Hier ist mir ja. Hallo. Dann kommen Sie schnell zum Stall. Da regeln wir alles. Okay. Schock! Schock! Was zum Teufel? Schock! Schock! McElroy! Wir müssen gucken, wer hat die... Nein! Schock! Wo bist du? Hier! Wir müssen noch kurz gucken, wer hat die... Ah! McElroy! McElroy, wir müssen los! Hier geht's! Hier geht's! Was habe ich da angefasst? Was habe ich da angefasst? Schock! Wir haben in den Schmink genommen! Es ist tot! Was? Was hast du mit dem geil gemacht? Das ist tot, was hast du gemacht? Die bringen es zum Stall! Schock, komm hin! Schnell! Schnell! Nein! Audi! Gut, der Herr in Rot! Steigen Sie auf, wir retten uns! Scheiße! Oh Mann, ihr Pferd! Oh Mann, ihr Hose rausziehen! Das Pferd, lass mal runter mit mir! Ja! Komm, wir wieder runter! Beruhigen Sie sich! Der Schmier! Aber ich bin wirklich nur gestern gegen den Riten! Ja, also vielleicht hat sich ihr Pferd auch vertreten und ist dann gestürzt. Auf jeden Fall hat es am Kopf frische Verletzungen. Und ich kann sich schon mal beruhigen, an den Gelenken ist nichts. Auch die Wirbel sind noch alle in der richtigen Reihenfolge und sitzen in einer Linie. Das heißt, auch da ist nichts, aber es hat halt echt eine auf dem Kopf gekommen. Bedauerlicherweise kann ich ihrem Pferd allerdings kein Riechsalz geben. Deswegen behandeln wir es jetzt hier noch mit einem Tonikum und dann lassen Sie es hier mal einen Tag ausruhen und geben ihm dann morgen von noch einem Tierarzt eine Runde in ihr Riechsalz. Ja, das ist ja, dass das Pferd dann auch schön... Äh, rufen Sie es bitte. Also holen Sie es mal her. Ja, es wird gerade gebracht. Nichts stimmt. Das Problem ist die offene Wunde am Kopf, die erfordert halt, dass sie auf jeden Fall ein bisschen zurückbleiben. Weil wenn die jetzt noch verschmutzt wird, dann müssen wir aufpassen. Okay. Deswegen würde ich Sie auch bitten, wenn Sie ihrem Pferd jetzt näher kommen, einmal die Mappe hochziehen. Das ist keine Papierbehandlung. Wir wollen nicht gehen. Pst. 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 Wird ja jemand wieder Ball spielen können. Ja. Du musst die Maske aufziehen, damit keine... Ich hab keine Maske, ich kann den Bart hochklappen. Na, klapp ich nicht doch. Dann halten Sie Ihren Arm vor Ihrem Mund. Hauptsache, es ist nicht direkter Einflug in die Wunde. Jetzt kommen Sie mal her, Sie müssen sich das mal bitte angucken. Okay. So. Sie sehen ja hier zwischen den Ohren die Verletzungen, da? Ja. So. Es kann sein, dass es sich um einen Schädel-Hirntraum handelt, anders kann ich mir das nicht erklären, dass Ihr Pferd so neben der Rolle ist. Was wir jetzt für das Pferd tun, ist, ich gebe Ihnen jetzt einmal was, das flößen Sie ihm bitte ein. So, ganz langsam, nur die Hälfte der Flasche und den Rest geben Sie übers Futter. Ich gebe Ihnen auch zwei Portionen Futter. So, über die Wunde streichen Sie jetzt bitte folgendes, ja? Das gebe ich Ihnen jetzt auch noch. Einmal hier die Salbe. Und in das Futter können Sie dann auch noch zwei von den Bären hier einmischen, das ist gegen die Schmerzen. Okay. Gut. Kann man Sie nochmal gucken? Hier vorne? Ja. Wie gesagt, die Wunde ist ja nicht so groß, das heißt, sie muss auch nicht genäht werden. Allerdings würde ich Ihnen empfehlen, für mindestens ein bis zwei Tage Pause. Also, und danach ein langsames Traben. Okay. Wenn Sie das Pferd jetzt überbelasten, dann könnte das zu schwerwiegende Folgen führen. Okay. Wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, leider kann ich Ihnen jetzt aber nicht mit Riechsalz aushelfen. Da müssen Sie nochmal dann gelegentlich, oder wenn die ein, zwei Tage vergangen sind, zu Mr. Gutenberg oder zu Miss, wie heißt sie, Reed. Das ist entweder, wie gesagt, in Rhodes, dann könnten Sie noch zu Miss, äh, ich weiß nicht, wie die Kollegin aus Valentine heißt, aber da können Sie auch in Valentine, Rhodes oder Blackwood. Gut. Gut. Allerdings ist Ihr Pferd jetzt erstmal versorgt und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sich das verschlimmert. Das Riechsalz müssen Sie allerdings für einen Anlass geben lassen. Das kann ich leider nicht mehr. Da habe ich nicht mehr Lizenz für das zu vergeben. Okay. Hören Sie jetzt Ihren Arm, verdammt, nochmal vor Ihren Mund? Ja. Nicht, dass da noch was reinfliegt, denn das ist ja noch offen, das sehen Sie doch. Gut. Also, ich werde es somit grundlegend ver- äh, ver- behandelt. Ähm. Was bekommen Sie jetzt von uns? Sag, was sagt das Geschäftskonto? Ich habe 99 Cent bei mir. Oh, Donald. Das ist ja nicht das Geschäftskonto. Wie viele haben Sie denn? Das... Das... 79 bin ich dabei, super. Also, wie gesagt, das kann sie sich aussuchen, das ist dann nur, ich mach das ja nicht mehr beruflich. Allerdings würde ich mich natürlich über eine Spende freuen und die Materialkosten, die ich Ihnen gerade gegeben habe, belaufen sich rund auf die 10 Dollar. Okay. Dann bekommen Sie 15 von mir. Oh, ja. Labe, hast du dir die Name und die Adresse aufgeschrieben? Nein, kann ich mir gebe ich Ihnen, zwei Mal. Okay. die Lizenz habe ich leider nicht mehr für das Rüstungsmaß wir werden niemandem etwas sagen wir danken Ihnen sehr was ist jetzt Oh, Jacques, der Schuss Na, ich sag, da sitzt du Gut zu spät Hallo Grüß dich Gut, komm, wir sind noch nebel Ja, Pollo lebt Ja Oh nein, Jacques, lauf Scheiße Komm, sie schnell Ja Oh Oh Nee, weißt leider nicht, wie viel Zoll der hat Kann ich denn nicht sagen Was? Diese zwei Talente, die hier rumlaufen Ja Der Name Jacques hat mir sehr bekannt Ja, Jacques, die ist, sind wir zusammen Ja, stimmt Oder unser anderer Hit Super, am 29. sind wir im Theater stehen Ja, wissen wir, wir passen auf Also wir passen auf, dass wir noch Tickets bekommen Aber sie sind ja sehr beliebt, deswegen müssen wir mal gucken Na ja, sagen sie das nicht, ich werde ganz rot Ich bin auf jeden Fall sehr auf die Vorstellung gespannt Ah, das wird super, das wird ein Dollar War schon bei der letzten Theaterveranstaltung dabei Und das war schon sehr gut Und wenn wir die Tickets jetzt bekommen, wie es uns versprochen wurde, dann Ich freue mich schon auf jeden Fall auf Ihren Stück Ich freue mich schon auf den Sack Spezialfutter für Sie im Pferd hier, wenn Sie möchten Das ist dann Aufbaufutter Ich glaube, das haben wir sogar Sicher? Si Kommen Sie sich das mal an hier Da sind noch extra so, äh, ja, Flocken drin Oh, super Ist das das, was Sie haben, oder? Ja, das müsste das sein Ja, dann bräuchte ich meinen Sack einmal bitte zurück Na klar Sagen Sie das nicht so, das ist ja ekelhaft So, bietest ja? Wie gesagt, es ist halt für verletzte Pferde ganz gut Aber, wenn sie das schon haben Klar, sind jetzt bei mir sind noch ein paar Heilkräuter mit eingemischt Aber, naja, gut Dann kommen Sie Ich erwähne nur noch mal, dass der Sack Futter nur 5 Dollar auf Preis wären Boah Oh Ich habe hier gar kein Konto Wo haben Sie denn ein Konto? Scheiße Ja, in Strawberry in dem Fall Super Ja, soll ich Sie kurz mitnehmen? Ich glaube, ich kann noch mit Jacques gehen Müssen Sie dorthin, oder kommen Sie mit, oder machen wir das von anders, oder? Wir würden kurz mitkommen Super, dann machen wir das Sie haben ja eh kein Pferd, dann können Sie bei mir mitreiben Okay Ah, aber Moment Vielleicht hat er Na ja Gut Dann kommen Sie mit mir kurz drauf Moment Ich glaube, das müsste Auf Offense immer Verlass Was ist zwar jetzt ein bisschen protzig Frage ist, wo Jacques jetzt ist Wahrscheinlich noch im Stall Weil so lange haben wir heute nicht ganz Zeit Vorher rücken noch eine Und generell Dann muss ich Was ist was ist Nivalant Wir brauchen Was ist Es ist Es ist Entstehung Es ist Füllere Es ist Nivea Wir brauchen ression Es ist B Macht Cos S